Bitte, pausiert dieses Video sofort, ruft euren Chef an, kündigt, küsst eure Frau, werft eure Kinder in die Luft, bucht einen Flug auf eine Luxusinsel, rennt nackt durch die Stadt, denn wir werden alle Millionäre. Und wenn du dich vielleicht an der Stelle fragst, ist der Typ jetzt komplett durchgeknallt? Ja, das werde ich dir schon mal am Ende des Videos verraten. Und falls du aber auch noch auf der Suche bist nach spannenden neuen Krypto-Projekten, nach News zur aktuellen Marktlage und der faktenbasierten Analyse von Scams, dann solltest du auch auf jeden Fall da bleiben. Also vergesst schon mal nicht uns ein Abo dazulassen. Bevor wir jetzt aber allerdings alle Millionäre werden, noch ein kleiner Tipp. Wir haben das Play-to-Earn-Game gefunden, das Web 2 zu Web 3 zockern machen wird und ja, dass einfach den Markt faktisch revolutionieren wird. Wenn du noch nicht weißt, was Battle-Chain ist, hier die Verlinkung zum Video und jetzt, jetzt werden wir reich. Doch jetzt mal zurück zum wichtigen Thema. Wir werden alle reich. Ja, so oder so ähnlich wird es ja leider auf vielen Zoom-Calls herausposaunt, auf die wir garantiert alle schon mal einmal oder häufiger eingeladen waren. Was wir uns überlegt haben, wir geben dir heute eine Checkliste an die Hand, wo du rausfinden kannst, ob du einem dubiosen MLM-System oder faktisch einfach einem Ponzi geradeauf sitzt oder nicht. Erstens, der Mitte 50-jährige Webinar-Sprecher, der offenkundig mal keinen blassen Dunst von Kryptowährungen hat und euch anbrillt nach einem kurzen Rampage gegen das bestehende Geldsystem, dass ihr gerade die einmaligste, unglaublichste, unfassbarste Möglichkeit bekommt, wo ihr allen davon erzählen müsst. Euren Eltern, euren Kindern, euren Haustieren und natürlich auch dem Typ mit der weißen Jacke. Ja, was uns gleich mal zu Punkt Nummer 2 katapultiert. Zweitens, denn Investments, die sind cool und sicherlich sind wir bald alle Millionär und können unser Traumleben leben, aber wie langweilig ist das denn alleine? Und dafür, da gibt es ja dann so berühmte Aussagen wie Hey, verschaff doch auch deinen Liebsten einen Platz an der Sonne. Oder, hey, wie egoistisch wäre es denn, diese geniale Möglichkeit nicht an andere Menschen weiterzugeben? Ja, das oder so ähnliche Sätze, das sind Sätze, die Rentnerherzen definitiv höher schlagen lassen. Und da kommen wir mal direkt zu Punkt 3. Drittens, die Zielgruppe. Denn wenn man sich mal in diesem Kreuz dann ein bisschen mehr umschaut, dann meint man eigentlich erstmal, das ist eine Informationsveranstaltung des öffentlichen Krematoriums, denn effektiv gibt es da zwei verschiedene Gruppen. Es gibt den Rentner oder angehenden Rentner, der gefühlt keine Ahnung von Kryptowährungen hat und auf der anderen Seite die jungen, sehnlosen Vertriebler in den Anzügen ihrer Eltern, die genau diese Unwissenheit einfach schamlos ausnutzen. Und da kommen wir nämlich direkt mal zu Punkt 4. Viertens, wer es dann erfolgreich von diesen Herrschaften schafft, in dem Geldumverteilungssystem eine arme Seele abzuziehen, der erhält etwas, was in jedem Scammer-Profil nicht fehlen darf. Ein schlecht designder Banner oder anders faktisch gesagt ein Rang, der faktisch komplett nichts aussagend ist. Also egal, ob es Chairman, Manager, Double, Triple, Sapphire, Manager oder was auch immer ist, aber effektiv sind diese Ränge einfach nur dafür da, ein paar Menschen, die sonst einfach im Leben nichts auf die Kette bringen, irgendwo das Gefühl zu geben, hey, du bist ja ganz klasse und du bist ja unglaublich wichtig. Fünftens, und wo könnte man sich denn jetzt noch besser für das erstmalige, einmalige, eigenständige Schulzubinden besser feiern lassen, als auf den Events? Und diese Events, die sind von Prunk und Protz gefühlt nicht mehr zu überbieten. Ist ja auch klar, die Investorengelder, die mögen ja auch irgendwie verbrannt werden und zudem können sich da dann natürlich auch noch alle Vertriebler einmal im Monat eine richtig, richtig sauberen Gehirnwäsche unterziehen lassen und by the way natürlich noch so den ein oder anderen krassen Tipp zu einem Projekt erschleichen, wo die sich dann auch nochmal schön das Geld aus der Tasche orgen lassen. Sechstens, also du merkst, eine Hand reicht schon nicht mehr aus, aber jetzt wird es richtig spannend. Es wird ja immer geworben mit diesen passiven Einkommen, was in der Regel immer im hauseigenen Token ausgeschüttet wird. Blöd nur an der Stelle, dass der Token faktisch in der Regel keinen anderen Use Case hat, außer inflationär ausgeschüttet zu werden, was wiederum natürlich den Tokenpreis sinken lässt. Ja, macht das Ganze natürlich sehr unhübsch, weil jetzt als Beispiel, du kaufst für 1.000 Euro 1.000 Token, wo du dann wiederum in einem Jahr 10.000 Token bekommst. Blöd aber, wenn nach vier Monaten der Tokenpreis plötzlich nicht mehr beim Euro steht, sondern nur noch bei 0,00001 Euro. Das heißt dann nämlich, herzlichen Glückwunsch an der Stelle, du hast zwar deine Tokenmenge verzehnfacht, aber dein Vermögen gezehntelt. Ja, oftmals, und da gibt es dann noch eine Sonderform, auf diese Worte solltest du definitiv hören, wird dann von Farmen, Minern, Minting-Farmen geworben oder mit damit geworben, wo du nochmal effektiv dein Geld richtig verbrennen kannst. Siebtens, wer jetzt wiederum an dieser kollegialen Geldverbrennung Kritik übt, der wird definitiv schon mal mundtot gemacht, bei lebendigem Leibe verbrannt und natürlich öffentlich parallel dazu an den Pranger gestellt. Ja, das merkt man gerade bei kritischen Fragen, also das, was uns da auch immer wieder an Gegenwind entgegenkommt. Und totally crazy. An der Stelle möge nur gesagt sein, uns ist es auch ehrlich gesagt scheißegal, aber es ist echt immer wieder schade, wie viel Vertriebler dann darauf eben andere, ja, auf die quasi einprügeln und gegen diese Menschen vorgehen, obwohl da teilweise einfach nur bedingt auch richtige Fragen gestellt werden. Kommen wir somit zu Punkt 8, denn der Grund, warum die Leute flippen, ist relativ simpel. Sie wissen, dass sie Schrott verkaufen und du machst durch deine Fragen deren Geschäft kaputt. Und somit ist auch durch Punkt 8 ganz klar erklärt und ein ganz klares Indiz, dass ein Ponzi ein Ponzi ist. Denn wenn du dann auch noch irgendwie 13 Ebenen auf 20 Stufen mit einem Sonderpool, die haben wir ja ganz vergessen, die sind auch noch ganz gefragt, mit Eigeninvestanteil, wodurch du wiederum einen Sonderbonus bekommst. Leute, das ist ja schlimmer als im Baumarkt. Wenn ihr euch an diese Checkliste haltet und vor allem eure Augen offen haltet, dann solltet ihr einen Scam sehr schnell entlarven können. An der Stelle auch bitte an dich, sende uns keine Projekte zu, wo du sagst, ah, das könnte ja vielleicht den einen oder anderen Punkt aus dieser Checkliste beinhalten. Goldene Regel, wenn du denkst, es ist Scam, es ist Scam. Des Weiteren natürlich, wenn du Bock hast, mit uns zu diskutieren, auch eben in den offenen Austausch zu gehen, dann legen wir dir mal unsere Telegram-Gruppe ans Herz. Denn da zerlegen wir schon gern mal Scams nach allen Regeln der Kunst. Aber wir stellen eben auch coole Projekte vor, die wirklich auch Erfolgsaussichten und vor allem auch für die Zukunft ein sehr, sehr cooles Investment sein können. Also daher in der Description, der Link zu unserer Telegram-Gruppe, komm da einfach mal mit rein. Bevor du jetzt aber weiterschalten möchtest, wir haben noch ein cooles Projekt für dich, das festhalten, eine bessere Variante zum Goldstandard zu bieten hat. Klingt erstmal waghalsig und an der Stelle, wir sagen gar nicht mehr, check einfach mal Red Curry aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada